Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, heute rausgekommen habe ich mir Mass Effect Andromeda rausgeholt und wir starten direkt mit der Charaktererstellung. Ich nehme seit es irgendwo auf der E3 letztes, vorletztes Jahr angekündigt wurde. Bin Fan der Serie, habe 1 bis 3 verschlungen. Wobei mein Lieblingsteil Mass Effect 2 ist, tatsächlich. Ähm, nein, tolles Geschlecht, weibliches Geschlecht. Ah, ok, so. Männisch, Aussehen anpassen, individuelles Aussehen. Hm. 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 Hm, nein. Nope. Nee. Nee. Ganz individuell geht nicht. Was war das? Hm, nee. Wir nehmen mal den hier. Achso, wir können nicht Charakterdaten importieren. Import fehlgestanden. Ja, ach nee. Hm. Also komplett individuell geht scheinbar noch nicht. Weil ich dann sagen muss, dass das Standardaussehen dann vielleicht doch noch besser ist als die anderen Köpfe, oder? Kann man die nicht noch irgendwie anpassen? Ah! Aha, da haben wir es doch. So. Hautton. Bisschen dunkler. Augenbrauen. Höhe. Ist ok. Tiefe. Ja, keine Ahnung. Lassen wir so. Höhe, Breite. Ach, sowas interessiert mich gar nicht. Augen. Tiefe. Ist nicht ganz so tief. Hängende Augen so. Lippendicke. Blablabla. Das juckt nicht. Nase. Nase. Nase kann man auch so passen. Eher Haare. Haare wollen wir ändern. Frisur. Eins. Null. Das ist die Standardfrisur. Eins. Ja. Nehmen wir Haarfarbe. Nehmen wir eher was Braunes. So was. Gesichtsbehaarung. Keine Schnurrbart. Ja, nein. 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 Ne. Auch nicht. Auch nicht. Ja. Ja. Nehmen wir. Nächste Augenfarbe. Äußere Farbe. Ne, warte mal. Wie kriege ich das denn? Aha. Wo komme ich denn an Braun dran? Hier irgendwo. Innere Farbe. So. Mh. Make-up. Nein. Ne. Ne. Ne, ist nicht. Nabenstil. Hier ist eine Narbe. Wo ist eine Narbe? Da ist einer. Irgendwie nicht so wirklich. Äh. Ne. Ne. Lassen wir mal. Tätowierungen. Tätowierungsfarbe. Äh. Wir tätowieren uns heute nicht. Ja. Bestätigen. So. Das sieht doch schon besser aus. Ausbildung. Mh. Sicherheitspersonal. So viel wie möglich über Waffen. Taktiken. Biotika. Ähm. Äh. Was sind Effektfelder zu kontrollieren? Techniker. Drohnen und feindliche Systeme hacken. Anführer. Kämpfer. Nein. Stürmergriff. Blablabla. Und Agent ist... Tano. Tano. Wir nehmen den Techniker. So. Name festlegen. Blablabla. Blablabla. Passt doch. Zwilling? Heaven im weiblichen. Vergangenheit anpassen. Vergangenheit? Äh. Männlicher Shepard. Natürlich. Äh. Bestätigung. Spiel starten. Ja. Wir haben ja schon lange noch hier drangesessen. So. Wir machen auf Nummer 1. Los jetzt. Joho. Let's go. Joho. Let's go. Joho. Let's go. Ich lasse euch mal allein mit dem Intro. Joho. 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 Abonniert. Wollt. Ja. Joho. Jun. all of us leaving behind families homes the very birthplace of our species some for discovery to see the unknown others for a new start but today whatever our reasons we take the first steps toward a new future for humanity today we begin to make our dream reality so 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 we made it deep breaths you're gonna want to take it easy i've been taking it easy for 600 years rider recon specialist pathfinder mission team pathfinder team eh the ones finding us a home can you make it somewhere tropical nice warm ocean summer year round how about we get him a cup of coffee first the selection process saw the andromeda initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy rider let's get you checked out look here after discovering an unusually high ratio of potential candidates for golden worlds the helios cluster was selected as our destination now you are a part of the first wave of arcs arriving in andromeda our new home for humanity makes it sound so easy doesn't it okay wir haben unsere erste auswahlmöglichkeit zwanglos oder professionell einfach macht keinen spaß i signed up for a little adventure before we settle down well buckle up sounds like you'll get your wish yeah over here now the pathfinder wants you all on your feet right away he said mission ready within the hour any idea why no but i'm guessing that's where your adventure comes in okay everything checks out just one more thing before i send you on your way let's test your sam implant sam are you monitoring sam are you online yes dr tapero good morning writer are you feeling well hmm we fragen mal nach i just need a second to get my bearings what's this about my implant a routine check after being in stasis we want to make sure the connection's still live as the team's mission computer your well-being is my primary concern assuming the implants workers advertised sam sees what you see in theory we won't know for sure until we get you in the field how are you feeling otherwise i'm ready to get to it greetings confirmed i detect an increased level of adrenaline in your system the neural implant is functioning properly caffeine always did make me jumpy you're all done let's get you on your way though you may want to hang around while we revive your sister it always helps to see a familiar face i don't like the sound of that what the hell what the hell brevity cryo bay is offline this is cora i'm at the cryo bay brace for a reset what happened we're not sure sensors are scrambled but it's good to see you up feels like centuries since we spoke this is the pathfinder mission teams continue preparations cora riders report to the bridge you heard them let's get we have a problem over here it's sarah rider what's wrong i don't know have to check it out well it looks like some sort of power surge hit the stasis pod rider is my sister okay sarah's fine her vitals are strong but the revival procedure was interrupted when can she wake up we don't want to rush it sam my connection to sarah's implant was suspended however her pulse respiration and brain activity are all normal to be on the safe side we'll need to keep her in a low level coma for a while then let her body regain consciousness naturally she'll be fine glad to hear it thanks lexi keep us updated i'll wait for you at the door whenever you're ready to go i'll wait for you at the door whenever you're ready to go meet the wall just turn upside down enjoy your nap rider hey there hell of a wake up cool huh didn't expect that but the gravity lost me makes two of us you're ready thank you maman what's wrong we've got a surge in power reading we have to balance the power loader and explode but we don't know where the fault is rider could find it he has a scanner quick rider use it to locate the vault on it what's sending to i'll try to get readings on the second conduit i'll try to run a dive get on this one i'll override the safeties got it there's no indication of a fault in this component keep looking power surge is getting worse relay 2c shows damage from a temperature spike found it bad relay oh don't reset me there it's reset easy can we just we are already the adventure begins not sure dinner see it that way go ahead ten dot is the whole family involved or what dot 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 Ja. Sam, wir brauchen Augen nach hinten. Attempten zu adjusten, Sensor Array. Alec, bitte. Du kannst du Pathfinder sein, aber das ist meine船. Captain, die Protokoll ist klar. In der Absence von Kommunikation mit dem Nexus oder den anderen Arcs, wir gehen zu unserer Appointed-Golden-World. Solid Ground. Wenn es sogar da ist. Niemand hat gesagt nichts über eine Energie-Cloude zu gehen. Und das ist nur ein wildes Guess-Welt-Welt. Das sieht nach mehr als Energie aus. Alec, ich brauche die Schmerzen. Stopp die Schmerzen. Wir haben 20.000 Menschen auf diesem Schiff. Wir geben ihnen eine Chance, sich aufwachen. Kannst du sie blamen? Kannst du sie blamen? Was denken sie? Naja. Die ist nicht mehr Gold. Ich würde sagen... Die ist nicht mehr Gold. Das ist Habitat 7. Neue Erde. Wenn wir Glück sind. Ich würde sagen... Das sieht nicht mehr so aus. Das sieht nicht mehr so aus. Wir sind... Achso, Herz war emotional und das ist logisch. Sie ist richtig. Es sieht gut aus hier aus. Wir sind sicher über die Schmerzen? Das ist eine gute Frage. Dinge können sich nicht ändern. Es ist 600 Jahre alt. Es ist 600 Jahre alt. Sam. Die Energie aus dem Phänomenon ist dampen unsere Sensors. Planetary-Konditionen sind unknown. Wir sind Maroon. 20.000 souls adrift am Meer. Und wenn die Macht rauskommt und bleibt rauskommt, wir müssen wissen, ob das ist sicher. Und wenn es noch nicht ist. Als Pathfinder, es wird mein Job finden eine Alternative. Das ist das, was wir trainiert haben. Aber wenn das gut geht, wir sind bereits nach Hause. Alles klar. Mach es schnell. Harper. Der Rest des Team sollte sich jetzt awake. Er hat einen Schmerzen, nicht? Er hat einen Schmerzen. Er hat einen Schmerzen. Er hat einen Schmerzen, nicht? Er hat einen Schmerzen. Er hat einen Schmerzen. Er hat einen Schmerzen. Es ist genug, um ihn zu geben. Ich glaube, dass du recht bist. Er ist eine Schmerzen. Wenn das nicht funktioniert, wir brauchen ihn mehr als immer. Ich brauche ein ETA auf unseren Schmerzen. Wir sind blind hier. Tja. Das sieht nicht sehr positiv aus da unten. Bin mal gespannt. Gerechen. Ja, das ist ein Schmerzen. Ja, die Schmerzen. Was ist ein Schmerzen? Ja, die Schmerzen. Ich glaube, das ist in seiner Blut. Sie hat mich in den Welt ein Minute. Ich hatte mich nicht mehr Zeit. Ich bin nicht erwartet, bis es zu beginnen. Ich bin sicher, dass Sarah eine Fülle durchfällt. Wenn sie das, sie will ihre Geschichte. Also, wir gehen da raus und finden sie. So, wir gehen da nach unten und finden sie einen Gehirzen. Yay, Geschichten. Was cooles? Oh, Scannen. Ein Wasserkügel. Ah, Elbsstein. Team, Scannen. Heben, nehmen wir mich. Oh, der wird geschehen. Bisschen groß, oder? Ach, da hinten ist noch was? Ist tot er? So, wichtig. Wunderbar nicht. Auf geht's. So, da nehmen wir mal das Logische. Wenn es ziehen hat, werden sie ausgerissen. Nicht schlecht. All right, Team. Button it up. We leave in five. Sir, we broke out the weapons as requested. Anything we should know about? Seemed prudent given the situation. We'll be short handed with Sarah out. I heard what happened. Your sister's strong. She'll make it. We bet on who's boots who took the ground first. This isn't how I wanted to win. Heh. Well, knowing Sarah, she'll want to go double or nothing on who climbs the tallest mountain. Don't let it get you down. I need you sharp. I understand. It's a trade. Your mom would have been proud. Of both of you. Okay, Team, listen up. I chose each of you for the Pathfinder team. Not just because you're talented and passionate. But because you're dreamers. Like me. We dream of exploring the unknown. Finding the edge of the map. And then discovering what lies beyond. When people look back on this. And they will. They'll remember we didn't give up. That we kept dreaming. That our first few faltering steps in Andromeda. Were the beginning of everything they know. We only get one chance to be first. So, let's go make history. History seems to be good. Been waiting 600 years for this. Archive Therian, this is shuttle one. Switching to manual guidance. Shuttle two, taking your lead. Good luck, Pathfinder team. Switching to vector one, three, five. Copy that. We're on point. Wow. We look at that. Whatever it is, it stopped the Hyperion in its tracks. It appears to be an unstable mass of dark energy. If you say so, just do clear of it. So, after these pictures. I'll give you a moment. I can't pass it. I'll pass it. We're clear. Accelerating to cruise. Then we'll get a bit more to see. We didn't have a chance to meet back in the Milky Way. Name's Liam Costa. Security and response specialist. Good to meet you Liam. Not to believe we're finally doing this. Sure beats reading the brochures. Beginning our acceleration. Planet's dead ahead. Oh, now it's going. Hold on. Hold on. Hold on. Do you copy? We're in the plane. Hang on. Initiating atmospheric entry. Here we go. What's going on? The flight guidance is scrambled. It'll pass. The controls are fighting me. Adjust approach factor. Three degrees to stop it. Now approaching upper tropes here. We're through. Holy. Shuttle 2, are you saying this? Copy that. Doesn't look like a golden world from here. Ionization levels are rising. Stay on course to the landings of oxygen levels are below minimum human requirements. Is this the right planet? We had this all worked out. Keep it tight, Shuttle 2. Uh, the mountains are floating. Uh oh. Oh. That is worse. That has to be advanced engineering. Iberia, this is the Pathfinder. We've got evidence of an alien civilization. Has anyone seen us? What if they're not friendly? We stick to contact protocol. No use of deadly force and less hostile intent is clear. My eyes are on this way. It's not good though. Lightning bright. Unch阿B! Marcy rad. Shuttle 2 declaring an emergency! Onbitch. I've got a fire. Cleo! We're coming up! Rhett up! Ahhhhh!! Er ist noch nie so gut! Er ist noch nie so gut! Ihr Jobjet ist nicht funktionierend. Ihr Jobjet ist nicht funktionierend. Sam! 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 Ich habe den Seiten ab. So was will ich auch. Eben irgendwo drüber wischen und heile ist es. Ja. Gold ist was anderes. Und ich bezweifle, dass die andere Zivilisation nett ist. Das ist Ryder. Komm in. Hyperion, Sam. Wer ist da? Geh deinen Bord, Ryder. Sam ist offline. Kronling ist verraten. Ich bin überrascht, dass wir auch sind. Die anderen haben es gemacht? I don't know. It was all a blur. Shuttle split in two. This is like some nightmare. Yeah. No way this is harm. Ne, danach sieht das nicht aus. So, diesmal aber. Haha, Pause. So, das war die erste Folge von Mass Effect Andromeda. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich lade das jetzt so schnell wie möglich hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein. Bis denen. Ciao. 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 . Ciao.